Jesus hat gesagt, dass Gott uns einen Tröster schicken wird. Was für ein Tröster? Wie wird der aussehen? Wer kann das wissen? Niemand weiß es. Also müssen wir in Jerusalem bleiben und beten und warten. 40 Tage lang nach seiner Kreuzigung und Auferstehung ist Jesus zu seinen Jüngern gekommen und hat mit ihnen über das Reich Gottes gesprochen. Er hat mit ihnen Brot und Salz gegessen und hat ihnen geboten, Jerusalem nicht zu verlassen und auf die Verheißung des himmlischen Vaters zu wagen. Herr, du bist da. Wieder bei uns. Was soll das alles bedeuten? Wieso sind wir hier, Herr? Ich verstehe es auch nicht. Meine Lieben, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch gegangen und in den Himmel aufgenommen worden ist, er wird wiederkommen. Jesus hat gesagt, dass Gott uns einen Tröster schicken wird. Was für ein Tröster? Wie wird der aussehen? Wer kann das wissen? Niemand weiß es. Also müssen wir in Jerusalem bleiben und beten und warten. Brüder, wir waren zwölf Apostel. Einer von uns, Judas, war ein Verräter. Wir müssen jemanden zum Ersatz für ihn finden. Einer von denen, die von Anfang an Jünger von Jesus waren. Es soll Matthias sein. Unser Bruder Matthias. Nein, nein, Josef, werfen wir doch einfach das los. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt bist du einer von uns. Warum sitzen wir hier noch herum? Wofür sollen wir uns fürchten? Wir müssen aufbrechen und allen von Jesus erzählen. Los, packen wir es. Es wird schon Zeit, dass wir gehen. Danke, Herr, für deine große Taten. Für deine Auferstehung. Du hast wirklich große Taten veröffentlicht. Was ist das? Ich höre meine Heimatsprache. Ein Wunder. Diese Männer sprechen in meiner Heimatsprache. Sie können auch meine Sprache. Meine sprechen sie auch. Wie kann das sein? Woher können wir so viele Sprachen? Sie sind doch alle ungebildet. Sie sprechen die eigene Sprache nicht gut. Vielleicht sind sie ja betrunken. Hört mir zu. Diese Männer sind nicht betrunken. All das geschieht, weil sich jetzt die Prophezeiung erfüllt. Erinnert ihr euch an Jesus aus Nazareth, der so viele Wunder vollbracht und so viele Kranke geheilt hat? Ihr habt gesehen, wie er gestorben ist. Aber Gott hat ihn am dritten Tag zum Leben erweckt. Wir alle sind dafür Zeugen. Er, der in den Himmel erhoben wurde, hat von seinem Vater den Heiligen Geist bekommen und uns gegeben. In der Kraft des Heiligen Geistes können wir sagen, dass Jesus, wie ihr gekreuzigt habt, wirklich auferstanden und der lebendige Gott ist. Was sollen wir jetzt tun? Tut Buse. Und jeder von euch lasst es sich auf den Namen Jesu Christi tauchen, zur Vergebung seiner Sünden. Das dürfen wir tun? Ja, weil das Gott allen verheißen hat. Euch und euren Kindern und allen, die noch fern von Gott sind. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!